Na da brat mir doch wer im Pfefferhuhn, wer hätte denn das gedacht? Hinter dem ominösen Teaser zum neuen Warhouse-Spiel mit dem mittelalterlichen Reiter im Hintergrund, da verbirgt sich doch tatsächlich ein neues Kingdom Come hinter. Hättet ihr damit gerechnet? Nein? Ich auch nicht. Und okay, okay, ich muss euch was gestehen, ich wusste schon, dass Kingdom Come Deliverance 2 kommt. Ich war nämlich kurz vor der Ankündigung in Prag bei Entwickler Warhouse zu Besuch, habe da eine umfangreiche Präsentation gesehen, zahlreiche Gespräche geführt mit den Entwicklern und mir alles zeigen lassen, was es zum jetzigen Zeitpunkt zum Spiel zu zeigen gibt. Und naja, das würde ich jetzt gern mit euch teilen, also viel Spaß. Aber bevor wir loslegen, hat der liebe Daniel noch ein paar Informationen für euch. Dieses Video wird euch präsentiert von NordVPN. NordVPN bietet euch ein sogenanntes Virtual Private Network. Dank Verschlüsselung sind eure Online-Aktivitäten damit weniger vor Hackern in Gefahr. Zusätzlich blockiert NordVPN mit der Bedrohungsschutzfunktion auch schädliche Webseiten, Tracker, Viren oder Werbung. Wenn ihr euch mit NordVPN verbindet, könnt ihr dazu noch eure IP-Adresse und euren virtuellen Standort ändern. So greift ihr auf Internetangebote anderer Regionen zu und nutzt dann beispielsweise günstige Rabattaktionen oder Medienangebote im Ausland. Auf Wunsch gibt es noch verschlüsselten Cloud-Speicher und einen Passwortmanager für noch mehr Sicherheit im Netz. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu NordVPN. Dort bekommt ihr obendrein noch vier extra Monate Zugriff über NordVPN mit dem 2-Jahres-Angebot und eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist auch dabei. Außerdem gibt es noch einen ausführlichen Talk zu Kingdom Come 2 mit Geraldine, Fabiano und mir auf unserem GameStar Talk-Kanal. Da gehe ich dann auch noch mal richtig ins Detail, was ich alles in Prag erlebt habe und bringe auch jede Menge Bildmaterial mit. So, jetzt aber genug Vorgeplänke, klären wir die wichtigsten Infos zu Kingdom Come Deliverance 2. Das Spiel ist eine Story-Fortsetzung des ersten Teils. Ihr spielt also wieder den Schmiedesprössling Heinrich mitten im böhmischen Mittelalter, diesmal allerdings ein paar Jährchen später. Heinrich steht mittlerweile fest im Dienst von Hans Karpon. Zur Erinnerung, das war der schnöselige, adelige Taugenichts aus dem ersten Teil, der sich aber über Zeit zu Heinrichs bestem Kumpel entwickelt hat. Und das ist direkt die erste große Stärke von Kingdom Come Deliverance 2. Das Ding ist eine richtige Fortsetzung. Also nicht einfach nur wieder das, was wir schon kennen, aber noch mal ein bisschen anders. Nein, Heinrich fängt nicht wieder bei Null an. Sowohl er als auch Hans blicken auf ihre gesamte Charakterentwicklung aus dem Vorgänger zurück, sind gereifte Burschen, die gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind und gehen. Deshalb kämpft Heinrich auch nicht mehr mit Strauchdieben und Kuhfladen, sondern boxt jetzt in einer ganz anderen Liga. War Horse sagt, Kingdom Come Deliverance 2 ist das Spiel, das wir ursprünglich machen wollten, aber eben technisch noch nicht konnten. Heißt konkret, jetzt geht's um die Wurst. In Kingdom Come 1 gab es ja den Prolog rund um den fiesen Glatzkopf Marquardt von Aulitz, der Heinrichs Dorf überfällt und diverse andere fiese Fieslingssachen macht, die ich jetzt nicht spoilere. Im ersten Teil ging es dann aber eigentlich nicht groß um diese Verbrechen, weil Heinrich erst mal lernen musste, ein harter Hund zu werden. In Kingdom Come 2 liegt diese Lernphase allerdings hinter ihm. Jetzt geht es voll und ganz um die Fäde zwischen König Wenzel von Böhmen und Siegesmund. Es geht um das gesamte Heilige Römische Reich, um Kriege zwischen Adligen, Intrigen, Politik. Kurz, Deliverance 2 wird deutlich mehr Game of Thrones als der erste Teil. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die große Belagerung von Burg Thalmberg im ersten Teil. Die war da ein richtiger Höhepunkt, aber die Entwickler haben mir verraten, dass im Nachfolger viele Quests von dieser Kragenweite existieren. Aber keine Sorge, Kingdom Come bleibt immer noch Kingdom Come. Ihr reitet jetzt nicht so Gandalf-mäßig mit 100.000 Rohirrim bei Helms Klamm ein. Die Geschichte bleibt bodenständig, erhebt nach wie vor den Anspruch, sich so glaubhaft und plausibel wie möglich anzufühlen. Das geht sogar so weit, dass die Devs die Open World danach ausgewählt haben, was historisch am besten zu ihrer Geschichte passt. Es wäre ja einfach gewesen zu sagen, hey, wir wollen eine große Mittelalterstadt machen, dann nehmen wir doch Prag als Open World. Das kennen die Leute, das liest sich super auf einer Verpackung. Stattdessen geht es ins eher unbekannte Kuttenberg. Das kennt heutzutage außerhalb von Tschechien wahrscheinlich kein Mensch. Die Stadt war im Späten Mittelalter aber nicht nur eine extrem wichtige Silberbergwerksstadt, sondern auch königliche Münzprägestätte. Und deshalb für den Konflikt zwischen den böhmischen Königen und Reichsadligen Anfang des 15. Jahrhunderts eigentlich wichtiger als Prag. Kuttenberg und dessen Umland wird eine von zwei Open Worlds, die ihr im Spiel bereist. Die Devs haben mir schon ein paar Details verraten, beispielsweise, dass unter der Stadt ein riesiges Tunnelsystem existiert. Außerdem versprechen sie die gleiche Detailverliebtheit, die schon Rattei im ersten Teil hatte. Nur bestand Rattei im Prinzip aus zwei Straßen. Kuttenberg spielt natürlich in einer ganz anderen Größenliga. Trotz dieser Größe nimmt Kuttenberg aber nicht die gesamte Kuttenberg Open World ein. Ihr bereist also auch das Umland um die Stadt herum. Insgesamt ist das Gebiet so groß wie die komplette Open World von Kingdom Come 1. Und dann gibt's noch die zweite Open World Map, ebenfalls so groß wie ganz Kingdom Come 1. Das sogenannte böhmische Paradies gibt es wirklich. Den tschechischen Namen spreche ich hier aber nicht aus, sonst quäle ich alle tschechisch sprechenden Menschen da draußen. Boah, sagt das dreimal hintereinander. Tschechisch sprechende Menschen. Naja, euch erwartet hier im Prinzip ein Idyll aus Wäldern, Weiden, aus Teichen und Felsen. Das böhmische Paradies dürfte deutlich bergiger sein als die Landstriche aus Teil 1, sagen zumindest meine profunden Erdkunde-Google-Kenntnisse. Diese beiden Open Worlds bereist ihr also. Eine Ladepause gibt's nur beim Wechsel, ansonsten betretet ihr alle Gebäude und Bereiche im Spiel stufenlos. Ziemlich cool. An der grundlegenden Open World Formel von Kingdom Come ändert sich aber auch in Deliverance 2 nichts. Ich erklimmer also keine Türme, es gibt keine 300 Icons auf der Map und Heinrich hat auch keinen Battle Pass. Keine Sorge, ich habe extra nachgefragt. Immersion ist nach wie vor das A und O von Warhorse. Auch Kingdom Come 2 versteht sich in erster Linie als ein Story-Abenteuer. Ihr sollte reingezogen werden in die Spielwelt. Obwohl das Spiel doppelt so groß ist, werdet ihr also nicht mit Aktivitäten bombardiert, sondern reitet auch mal einfach nur durch einen wunderschönen Wald. Ihr könnt natürlich auch einfach Tiere jagen oder NPCs besuchen, aber alles eben soweit es plausibel ist. Dennoch haben mir die Entwickler zumindest bestätigt, dass es auch neue Aktivitäten geben wird. Ich kann mir beispielsweise ausgebaute Turniere vorstellen oder zusätzliche Geheimnisse, die sich in der Welt entdecken lassen. Konkrete Details gibt's aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was ich aber jetzt schon extrem cool finde, jeder NPC in der gesamten Spielwelt ist einmalig. Selbst in der mittelalterlichen Großstadt Kuttenberg. Alle Einwohner haben einen festen Wohnort, ein festes Inventar, feste Routinen. Wenn ich also in irgendeiner Bauernhütte einfach wen um die Ecke bringe, dann bleibt die Person tot. Das spawnt nicht einfach irgendeinem random NPC nach, nach einer gewissen Zeit. Wenn ich jemandem die Schuhe klaue, dann sind die Schuhe wirklich weg. Wie im echten Leben. Das galt ein Stück weit schon für den ersten Teil. Kingdom Come 2 geht hier aber noch weiter. Wenn ich beispielsweise einen Hut fallen lasse, also meinen eigenen, und mich umdrehe, dann kann es sein, dass irgendein NPC diesen Hut einkassiert und sich selbst anzieht, wenn er hübsch genug ist. Im Gespräch merke ich immer wieder, dass die Devs vor allem den Sandbox-Aspekt der Open World dramatisch verbessern wollen. Die Leute in der Spielwelt sollen glaubhafter reagieren, wenn ich zum Beispiel Verbrechen begehe oder anderen Quatsch treibe. Und das ist genau, was Kingdom Come 1 noch gefehlt hat. Noch ein bisschen mehr Sandbox, ein bisschen mehr Interaktivität. Im ersten Teil kannten die Leute zwar irgendwann auch meinen Namen, aber das fühlte sich alles noch recht rudimentär an. Ähnlich wie Skyrim profitiert auch ein Spiel wie Kingdom Come gerade von solchen Dynamiken. Schließlich entscheide ich nach wie vor selbst, ob mein Heinrich ein edler Ritterspross sein soll oder eben ein diebischer Halunke. Die Devs versprechen, dass alle Gameplay-Bereiche des Spiels überarbeitet werden. Die Kämpfe sollen sich jetzt offensiver anfühlen. Außerdem wünsche ich mir natürlich ein verbessertes Stealth-System und ganz generell mehr Feinschliff. Hier fehlen mir noch konkrete Belege, dass diese Verbesserungen aber eben auch spürbar sind. Es ist ja noch ein bisschen früh. Aber Kingdom Come 2 wird nicht casual. Warhorse möchte die Mechaniken zwar verständlicher machen und auch behutsamer einführen, aber das Spiel bleibt in seinem Kern ein Oldschool-Rollenspiel. Wenn mein Heinrich keine Ahnung vom Kämpfen hat, dann kämpft er eben lausig. Da kann ich strampeln wie ein Ochse. Wenn ich mit einer schweren Rüstung wie ein Tollpatsch durch die Taverne torkle, dann klappt halt auch das Schleichen nicht. Was wir schon im Enthüllungsvideo gesehen haben, sind außerdem die beiden neuen Waffengattungen, Armbrüste und frühe Handfeuerwaffen. Und auf letztere freue ich mich ganz besonders. Ich meine, in wie vielen so detailverliebten historischen Spielen konnte ich mal ganz ganz frühe Schusswaffen ausprobieren? Und nein, Assassin's Creed 2 zählt da nicht, weil diese Ezio-Armkanone war jetzt nicht wirklich plausibel. Sorry. Kingdom Come 2 könnte also eine Fortsetzung par excellence werden. Es will die Werken des Originals behalten, aber in allen Bereichen polieren und noch was oben drauf packen. Größere Open World, mehr Waffen, spektakuläre Requests. Außerdem endlich ein Abschluss dieser gesamten Kingdom Come Geschichte. Kingdom Come 2 soll außerdem sowohl Veteranen als auch Einsteiger abholen, was ich mir als einen ziemlich herausfordernden Spagat vorstelle. Das sind alles große Ansagen, aber natürlich stellt sich da die allergrößte Frage, haut das denn alles hin? Kingdom Come 1 kam damals eher wackelig auf den Markt. Klar, mittlerweile ist das Team von Warhorse mehr als doppelt so groß, aber das Spiel eben auch. Es bleibt also auf jeden Fall spannend, wie die ersten eigenen Gameplay-Eindrücke so sind, wenn das Ganze mehr Richtung Release geht. Ende 2024. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wir sind ja lieb.